Und so Leute, was geht? Hier ist euer Flo und sie JT hier am Start. LevyMod hat brandneu vor. Zwei Minuten ein neues, großes LevyMod V4.2 Update. Daher kann ich gerne den Kanal groß noch abonnieren. Die Klocke aktivieren, verpasst ihr keine aktuellen LevyMod-Videos oder andere Minecraft-Videos. Und gerne auf diesen Video ein Like da lassen. Viel Spaß mit diesem Video. So, das erste LevyMod. So, hier steht Zauberkontest per Track und Top organisiert und in den Ordner kopiert werden. Steht da jetzt. Und jetzt kann man mit dem LevyMod Launcher können sie jetzt ihr eigener Modpack bestehen, aus LevyMod Addons Fabrik oder Forge Mods erstellen. Und diese starten. Wann immer sie möchten. Das ist eigentlich sehr gut. Kann man so eigene Mods da rauf tun oder erstellen. Sie könnten Modwings sogar direkt von Launcher aus durchsuchen und beliebe Mods um ihre Modpacks hinzufügen. Das gucken wir mal auch gleich wo es ist. Und ja, wir haben jetzt aus dem Spice hinzugefügt und den Screenshot Browser um eigene neue Funktion erweitert. So, jetzt dann noch. Wir unterstützen jetzt auch Weplay Mod und Skyblock Addons. Wir müssen jetzt nahtlos in die LevyMod integriert und können direkt im LevyMod Addons Store installiert werden. Und das ist das Update von LevyMod 4.2. Und jetzt gucken wir mal in welchen großen Funktion es gibt. Das hier ist einmal der Skyblock Funktion und einmal das Forge Loader Funktion. Das ist, dass die Version nur mit 1.8.9 kann man mit die Version spielen. Und das die andere Version hat schon 3.3 Stellenwertung. Sieht dann so aus. Und aber natürlich auch die 1.8.9 Funktion. Das ist eigentlich sehr gut. Hier kann man jetzt sehen die installierte Addons. Und hier ist das die Shop Seite. Jetzt hier könnt ihr alles auswohnen. Hier könnt ihr die neuesten. Und da sind alle die neuesten. Das ist eigentlich sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Wie kann man Sprays machen. Wir gehen mal jetzt auf Gommel drauf. Wenn ich dabei nicht in diesem Video und ich weiß wie ihr uns funktioniert funktioniert, dann kommt extra noch ein Video. Da kann ich euch extra zeigen wie das alles richtig funktioniert. So. Und danke noch für die 300 Abos. Wir haben einfach jetzt schon die 313 Abos geknackt. Vielen Dank. Nächstes Ziel sind die jetzt die 400. So. Jetzt würde ich weiß nicht wie kann man Sprays benutzen. Welche Taste. Sprays. Sehr gut. Und ja ist eigentlich sehr sehr gut finde ich. Das Update gibt es neue viele Funktionen. Und kann man jetzt schön viele Funktionen austesten. Jo. Und das war's mit dem Update. Könnt ihr gerne den kostenlosen Kanal abonnieren. Könnt ihr gerne LevyMod auch installieren. Ist in die Bio verlinkt. LevyMod Discord Server ist auch in die Bio verlinkt. Mein Discord Server. Jantox Discord Server. Jantox Youtube Kanal. Und vieles mehr ist alles unten in die Beschreibung drin. Genau. Und das war's mit dem Video. Wir hören uns nächstes Mal. Und ciao ciao.